Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Oh, Killerline. So, mit dem Gespenst. So, mit dem Gespenst. Erwischt! Oh. Na gut, ähm. Haha, Entschuldigung. Jawollo. Nummer eins. Erwischt. 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 Hier war jemand. Es wird nicht meine Runde, aber das ist okay. Es wird nicht meine Runde, aber es wird nicht die Runde. Und jetzt wird es ein Runde. Was ist das passiert? Ich habe wieder nicht geguckt. Hey! Windloos, wo ist der? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich bin auch im Naun. Oje, oje. Hatze! Survivors sind faul. Du bist tot. Andere war also auch noch hier. Ich guck, wo sich da auch noch hier reinkommt. Warte. 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 Oh, oh, oh. So, na gut, dann sieht es ja doch nicht ganz so schlecht aus, wie ich erst gedacht habe. Schade. Also, was das rumpackt? Okay. 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 So, okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hmm Das war ja jetzt komisch! Bildpferd! 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 Und ab! Bildpferd! Bildpferd! Was ist jetzt gehört? Ich darf es jetzt bloß nicht aus dem Augenzulium. Was ist jetzt? Ich darf es jetzt nicht. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Komm her. Schönen Hocken da näher. Hopp! Schönen Hocken! So. Na ja, war doch jetzt nicht verkehrt. Warte. Gehen wir noch weh. Was? Wie viele Punkte habe ich gemacht? 2 Pips. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Vielleicht mit der Yui. Ja, das war vielleicht ein bisschen böse. Aber die Kate, die ist ja so wacky gewesen. Komisch. So ihr Lieben. Ich wünsche euch dann einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge von Dead by Daylight Killerline. Stay. Ciao.